In dem heutigen Video zeige ich euch, wie man ein Fake-Tattoo erstellt. Wie bereits eben gesagt, möchte ich euch heute zeigen, wie man ein Fake-Tattoo erstellt. Und zwar anhand des Bildes von der Conchi, das ich die Tage gemacht habe. Und da sollte hier ein Superman-Kostüm quasi werden. Das Bild ist schon grundsätzlich retuschiert, also die Farben sind verändert, Umhang ist dran gemacht. Und was es noch fehlt, ist das typische Superman-Emblem auf der Brust. Und wie man das am besten macht, beziehungsweise wie mein Weg dazu war, möchte ich euch heute dann zeigen. So, als erstes erstelle ich das Emblem. Dafür habe ich mir eine Schrift gesucht, die entsprechende solche Embleme hat. In dem Fall heißt die Pauls Superfont. Und ja, weil die Conchi ja nicht Superman ist, bekommt sie von mir ein C. Und das C habe ich jetzt schon in roter Farbe gemacht, damit es passend ist zum Umhang. Das wird soweit bestätigt. Der Text wird gerastert, damit wir damit was anfangen können. Und wird gefüllt mit roter Farbe. So, jetzt hat man erstmal das C alleine. Jetzt mache ich da eine Kontur drum, mit dem Ebenenstil. Doppelklick in die freie Fläche neben dem C bei der Ebene. Dann eine Kontur dazu. Von der Stärke her passt das so. Und einen Schatten nach innen in hell, damit es einfach ein bisschen mehr Plastizität hat. Da können wir aber rumspielen, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Wichtiger ist eigentlich jetzt, dass der Ebenenstil auch gerastert wird. Ansonsten ist es schwierig nachher mit den Blend-Überblendungsmoden das zu machen. Das nächste ist, ich setze den Ebenenmodus auf weiches Licht. Und im Grunde könnte man sagen, ja, das passt schon. Ich mache es einen Ticken kleiner von der Größe her und passe das ein bisschen an von der Stelle. Und man könnte jetzt sagen, okay, ich drehe das noch ein kleines Stückchen und schon passt das. Tada, fertig. Ja, leider nicht. Weil wenn man genau hinguckt, sieht man halt, dass die Linien ganz genau gerade sind. Und so wie die Schrift ist, man hat hier zwar so ein paar Abweichungen, die sind aber schon in der Schrift. Hat quasi also nichts mit der Haut zu tun. Und schöner wäre es ja, wenn man die Muskeln sehen würde, beziehungsweise so wie die Körperform ist, dass sich das Zeh dann so an den Körperwissen anschmiegt. Das kann man jetzt zum Beispiel machen, indem man mit dem verflüssigen Filter da ein bisschen hilft. Ich mache es mal richtig, die Maustaste macht das mal in ein Smart-Objekt, dann kann man das nachträglich alles immer noch ändern. Also hier Filter verflüssigen. Und lasse mir hier jetzt nur mal bei Hintergrund einblenden, nur mal den Hintergrund einblenden, damit ich quasi das Zeh, so wie es ist, ein bisschen anpassen kann. Und zwar nehme ich das Mitziehen-Werkzeug und passe hier so ein bisschen die Körperform an. Da muss man ein bisschen rumprobieren. Das ist nicht ganz so schwierig, aber halt auch nicht so extrem einfach. So, bestätige das. Das sieht es schon wieder, oder das sieht es schon ein wenig besser aus, aber immer noch nicht wirklich richtig gut. Was man da jetzt machen kann, ist, da gibt es einen ganz tollen Trick. Und zwar muss man dafür einmal das Objekt, was dann angepasst werden soll, einmal ausblenden und den Hintergrund mit einer zusätzlichen Ebene schwarz-weiß machen und mit einer Tonwertkorrektur etwas mehr Kontrast hineinbringen, dass das ein sehr kontrastreiches schwarz-weißes Bild wird. Und jetzt speichern wir das als PSD einfach ab. Mache ich es einfach mal hier drüber gespeichert. So, möchte ich es setzen. Ja, also ihr könnt es irgendwo abspeichern. Jetzt werden diese zwei Ebenen wieder entfernt, das C wieder sichtbar gemacht und es wird ein Filter angewandt, und zwar der Verzerrungsfilter versetzen. Und hier kann man die Werte stehen lassen, also Standardwerte sind immer, ich glaube, 10. Ich mache jetzt auch mal auf 10. So sind die Standardwerte, die einfach lassen, auf OK machen. Und jetzt muss man eine neue Matrix auswählen. Jetzt wählen wir das Bild, was wir eben gerade abgespeichert haben in schwarz-weiß, wählen wir aus. Und aufgrund dieses Bildes wird quasi die Verzerrung jetzt gemacht. Und da sieht man schon, ich mache jetzt nur mal den Verzerren oder diesen Versetzungsfilter an-aus. Und da sieht man schon sehr gut, was dann passiert. Also das ist wunderbar, das geht quasi her und nimmt die entsprechenden Kontrastverschiebungen und passt das an. In dem Falle mit dem Fell wunderbar zu sehen, dass das Fell da quasi direkt reingeht. Und mir persönlich wäre in dem Fall dieser Effekt hier ein bisschen zu stark. Deswegen, hatte ich das vorhin schon mal probiert, mit der Stärke, wäre von dem Skalierenfilter dann auf jeweils 5. Das müsste man machen, in dem Falle wieder die Matrix auswählen. Dann wird das neu berechnet. Und so passt mir das schon deutlich besser. Hier sieht man schön, wie gesagt, dass die einzelnen Haare und auch, dass sich das viel, viel besser an den Körper anschmiegt. Und damit wären wir eigentlich schon durch. So einfach ist das. Geht mit allen anderen Sachen auch. Also nicht nur hier bei der Conchi auf dem Körper, sondern das geht auch mit einer, keine Ahnung, mit einem Tattoo, was man dann auf dem Körper macht. Muss halt immer entsprechend viel Kontrast da sein. Ansonsten muss man halt mehr mit dem verflüssigen Filter machen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.